Hallo, in einer ganzen Reihe von vorherigen Videos habe ich mich mal schon mehrfach mit dieser Aufgabe hier beschäftigt, die mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt hatte. Vielen Dank auch mal dafür. Da ging es um das Thema Leistungsanpassung. Man sollte an einer Wechselstromquelle mit einem Innenwiderstand von 100 Ohm, die an einen Lastwiderstand von 10 Ohm anpassen, mit so einer CLLC Schaltung. Das habe ich dann mal in dem Video über den Ansatz der Admittanzen gerechnet. Dann gab es ein Video, da habe ich das über die Impedanzen gerechnet. Dann habe ich das so gerechnet, dass man die Reihenfolge mal umdreht. Hier kommt die Induktivität hin und dort oben die Kapazität. Das sah dann so rum aus und dann stellt man fest, bei all diesen Lösungen, das funktioniert aufgrund dieses R-R-Last-Terms hier unter der Wurzel immer nur dann, wenn der Lastwiderstand kleiner ist als der Innenwiderstand. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn der Lastwiderstand größer ist, hier habe ich das mal für ein Kilo umgerechnet, dann muss man auch diese Reihenfolge umdrehen. Dann muss zuerst das Längselement kommen und hinten das Querelement parallel zu der Last. Und genau das möchte ich jetzt auch noch mal in diesem Video zeigen. Und zwar dafür, dass die Induktivität nicht an dieser Stelle hier ist. Also ich nehme mal wieder diese sehr schreiende Farbe, streiche mal die Induktivität hier durch und packe die Induktivität hier vorn hin. So, also hier sind dann sozusagen die Klemmen, da wo die Quelle aufhört und ab hier fängt die Last an. Und wir gehen auch davon aus, dass dieser Lastwiderstand jetzt in dem Fall hier eben nicht 10 Ohm sind, sondern 1 Kilo Ohm. So wie das auch schon im vorherigen Video der Fall war. Die ganzen anderen Videos, die es vorher schon gab, verlinke ich mal mit in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt kann man hier wieder genau die gleichen Ansätze durchspielen, die ich auch schon in anderen Videos durchgespielt habe. Also wir können eben sagen, dass die Admittanz der Innenbeschaltung genauso groß sein muss, wie die Kondikokomplexe Admittanz der Außenbeschaltung. Ja, aus Sicht dieser beiden Klemmen. Das ist genau die Bedingung für die Leistungsanpassung, um die es hier geht in der Aufgabe. Und das kann man nicht nur mit den Impedanzen, mit den Admittanzen machen, sondern das kann man auch mit Impedanzen machen. Also man kann sagen, ZI, die Innenimpedanz, muss genauso groß sein, wie das Kondikomplexe der Außenimpedanz dieser Schaltung. Und diese beiden Wege möchte ich jetzt gleich einmal in diesem einen Video zeigen. Also fangen wir mal an mit der Admittanzgeschichte. Wenn ich jetzt aus Sicht der Klemmen hier gucke, sehe ich hier eine Reihenschaltung von Widerstand und Induktivität. Und bei Reihenschaltungen werden ja die Impedanzen addiert. Wenn ich jetzt hier die Admittanz haben will, rechne ich also 1 durch RI plus J Omega L. Das L, was da zur Anpassung verwendet wird. Und hier drüben, das ist jetzt hier weg, das ist einfach ein Kurzstoß. Hier habe ich jetzt eine Parallelschaltung. In der Parallelschaltung addiere ich die Admittanzen. Das ist dann 1 durch R Last plus J Omega C. Das ist die Admittanz von der Kapazität. So, und jetzt kann ich hier drüben gleich wieder so einen Trick 17 machen und kann sagen, die Seite der Gleichung, die erweitere ich mit dem Konjunktkomplexen, um das in einem einzelnen Real- und Imaginärteil über dem Bruchstrich sozusagen aufteilen zu können. Das Konjunktkomplexe ist R minus J Omega L. Und unter dem Bruchstrich habe ich dann wieder die dritte binomische Formel, den Term plus, den Term minus J mal J macht. Minus 1 mit dem Minus macht das ein Plus 1, sodass ich dahin bekomme, R i Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Und auf der Seite der Gleichung hier drüben bleibt das stehen, was schon vorher da stand. Sodass ich jetzt wieder, wie in den vorherigen Videos, so einen Koeffizientenvergleich machen kann und sagen kann, also das, was ich hier auf der Seite in grün umkreist habe, das ist hier der Realteil und das ist genauso hier drüben der Realteil. Und dann nehme ich noch eine andere Farbe für den Imaginärteil. Ohne das J ist das hier die Imaginärteil. Ohne das J ist das hier drüben der Imaginärteil. So und so auf die Art und Weise schafft man das jetzt eben mit dieser Eingleichung trotzdem zwei Unbekannte zu bestimmen, nämlich das unbekannte L und das unbekannte C, weil in dieser Eingleichung, die ja komplexwertig ist, gleichzeitig zwei Bedingungen drinstecken. Die Realteile müssen gleich sein, die Imaginärteile müssen gleich sein. So und ich fange mal mit dem Realteil an. Das ist auch, man sieht auch, es ist schlau, mit dem Realteil einzufangen, weil in dem Realteil steckt nur eine Unbekannte drin, nämlich das L. Also fangen wir mal mit dem Realteil an und schreiben dafür diese Bedingung auf. Und zwar, ja, schreibe ich mal, drehe ich mal diesen Bruch gleich um auf der Seite und schreibe eben Ri² plus Omega² L². Und dann müsste ich noch ein Durch-Ri schreiben und das Durch-Ri multipliziere ich mal auf die andere Seite und auf der anderen Seite drehe ich auch den Bruch um. Dann steht da Ri mal R Last. So und jetzt will ich ja nach dem L umstellen. Das heißt, das Ri² muss auf der Seite noch weg. Das addiere ich dann auf die andere Seite. Dann kann ich das hier einmal ausklammern und kann Ri mal in Klammern R Last minus Ri schreiben. Ja, und jetzt ist das schon mal gut, dass hier eben steht R Last minus Ri. Anders als bei den Rechnungen, die es da vorher mal gab. Also bei der hier war das auch schon so. Da habe ich das ja nur mit umgekehrter Positionierung von Kapazität und Inunktivität gerechnet. Aber vorher, wenn der Lastwiderstand eben immer kleiner war, dann stand der Term so rum, sodass das funktionierte. Und in dem Beispiel ist der Lastwiderstand größer. In meinem Beispiel ist ja auch der Lastwiderstand größer, sodass der vorne steht in dieser Differenz. Das ist gut. So, da muss ich noch durch Omega teilen oder Omega Quadrat teilen und die Wurzel aufheben und dann kommt da eigentlich schon ziemlich direkt raus, dass L eben ist die Wurzel dieses Terms, also Ri mal R Last minus Ri und das geteilt durch Omega. So, und mit der Formel kann ich das L ausrechnen. Dann kann ich noch eine zweite Gleichung genauso hinschreiben für den Imaginärteil. Und da stecken ja eigentlich zwei Unbekannte drin, aber das L habe ich jetzt ja gerade schon ausgerechnet. Und da steht ziemlich direkt da, lohnt sich eigentlich kaum noch das aufzuschreiben. Also ich kann auf beiden Seiten durch Omega teilen. Das Omega sollte ja auch nicht 0 sein. Und dann steht da L durch Ri Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. So, damit habe ich zwei Gleichungen für L und C. Kann das ausrechnen. Zahlenrechnung mache ich natürlich, wie sollte es dann noch sein, in Octave. Und ja, ziehe mir das erstmal hier rüber, dass ich mal die Zahlenwerte abschreiben kann. Also Ri sind 100 Ohm, R Last sollen 1 Kilo Ohm sein. Das kann ich als 1E3 schreiben. Die Frequenz ist hier unten gegeben. Das sind 50 Hertz Netzfrequenz. Und die Kreisfrequenz ergibt sich eben aus 2 mal Pi mal F. Und das sind dann die berühmten 314, 1 durch Sekunde. So, und den Quellstrom, den packe ich auch schon mal hin, auch wenn ich den jetzt noch nicht brauche. Das sollten 2 Ampere sein. Und jetzt ziehe ich das Fenster mal hier rüber, damit ich an diese Formel rankomme. Also, das L kann ich ausrechnen aus der Wurzel von Ri mal, Klammer auf, R Last minus Ri, Klammer zu, Wurzel zu und geteilt durch Omega. Da können wir gleich nochmal auf die Einheiten schauen und uns überlegen, ob da tatsächlich die Einheit einer Induktivität, also Henry, rauskommt. Aber gucken wir erstmal auf den Zahlenwert. 0,955, sage ich mal, Henry. Das ist schon eine ziemlich große Induktivität. Jetzt kann man genauso hier noch die Kapazität ausrechnen. Das sollte sein, L durch Ri² plus Omega² mal L². Klammer zu. Und dann kommen da gleicher Zahlenwert. Das war bei den Aufgaben interessanterweise bisher immer so. 9,45 Mikrofarad raus. So, also L, schreibe ich mal vielleicht hier neben, sind 0,955. So, und jetzt die Frage, was kommt da für eine Einheit raus? Also hier haben wir Ohm minus Ohm. Das macht Ohm. Ohm mal Ohm macht Ohm Quadrat. Die Wurzel von Ohm Quadrat macht Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere. Und Omega hat 1 durch Sekunde, kommen wir auf Volt Sekunde pro Ampere. Und das sind tatsächlich Henry. Das passt. 0,955 wären aber schon, da müsste man schon ganz schön viel Draht auf eine Spule wickeln mit einem fetten Eisenkern, um auf diese Induktivität zu kommen. Aber ganz unmöglich ist es trotzdem nicht. So, und für das C, das schreibe ich mal hier drunter. Ja, kommt als Einheit raus. Also wieder diese Henry Volt Sekunden pro Ampere. Aber ich schreibe vielleicht erst mal kurz den Zahlenwert hin. Das waren 9, die gleichen 9,55 Mikro. So, und Henry sind eben Volt Sekunden pro Ampere. Und da haben wir hier unten Ohm Quadrat und Ohm Quadrat. Das sind Volt Quadrat pro Ampere Quadrat. Und dann kürzen sich jeweils Ampere gegen Ampere. Und Quadrat, ne halt, also nicht Ampere gegen Ampere, sondern Ampere gegen das Quadrat. Und Quadrat gegen Volt. Und es bleiben Ampere Sekunden pro Volt über. Und das sind auch Farad. Also da kommen Mikro Farad raus. Das sollte ja auch so sein für eine Kapazität. So, kann man jetzt erst mal so stehen lassen. Ich würde mir jetzt mal kurz die alternative Rechnung anschauen über die Impedanzen. Also wir brauchen jetzt hier die Impedanz auf dieser Seite. Die ist so ein bisschen einfacher auszurechnen, weil wir eben sagen können, Ri plus J Omega L. Ja, also hier spart man sich jetzt auf der Seite den Bruch. Ha, dafür kriegen wir drinnen den Bruch hin. Alles Gute ist nie beisammen. Irgendeinen Preis muss man nur bezahlen. Also hier habe ich ja das und das in, halt das und das parallel. Kapazität und den Lastwiderstand. Und ich will die Impedanz haben, nämlich 1 durch die Admittanz. Ich nehme jetzt einfach 1 durch diesen Bruch. Ja, also 1 durch R Last. Plus J Omega C. So, und jetzt, da ich, dass ich hier auf der Seite den Bruch habe, erweitere ich jetzt hier mit dem Cornelkomplexen. Das ist vielleicht ein bisschen trickreicher, weil ich ja hier jetzt so einen Doppelbruch habe. Also kriege ich hier hin 1 durch R Last Minus J Omega C. Ah, halt. Und schon Fehler direkt aufgefallen. Also ich habe natürlich sowohl auf der Seite hier, und ich habe das total verschludert, da nehme ich jetzt mal rot. Also ich muss natürlich das Cornelkomplexe überachten. Und das Cornelkomplexe macht aus, dass aus dem Plus ein Minus wird. Und hier macht das aus dem Plus ebenfalls ein Minus. Und wenn ich dann hier mit dem Cornelkomplexen erweitere, wird aus dem Minus wieder ein Plus. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Also hier drüben, wenn man ganz streng hingeguckt hat und das verfolgt hat, hätte einem diese Diskrepanz auch schon auffallen sollen. So, und dann kommt hier unten hin R Last Quadrat plus Omega Quadrat C Quadrat mit der gleichen Begründung. Dritte binomische Formel J Quadrat ist Minus 1. Und das hebt sich mit dem Minus in der dritten binomischen Formel auf. Und dann kommt da das bei raus. So, und jetzt können wir den gleichen Koeffizientenvergleich machen und können sagen, das hier drüben ist der Realteil auf der Seite. Das hier ist der Realteil auf der anderen Seite. Da habe ich eine Unbekannte drin. Da kriege ich das C raus. Also hier bestimme ich jetzt zuerst das C, zunächst das C. Und dann habe ich den Imaginärteil auf der Seite. Und der muss ebenso groß sein wie der Imaginärteil auf der anderen Seite. Da stecken L und C drin. Da kann ich dann schlussendlich das L draus ausrechnen aus der zweiten Gleichung. Also fangen wir wieder an mit dem Realteil, wo nur die eine Unbekannte drin steckt. Und schreiben diese Bedingung auf. Also das, ja, und ich drehe den Bruch auch direkt wieder um. Also ich nehme das, was hier ist, bringe das auf diese Seite rüber. Dann steht da 1 durch R Last Quadrat plus Omega Quadrat C Quadrat. Das wollen wir gleich bestimmen. Und auf der anderen Seite steht eben 1 durch R Last. Und das nochmal geteilt durch das R I. Ja, wenn ich das sozusagen auch mit auf die Seite rüberhole. Also ich habe jetzt den Nenner hier hochmultiplierte Teile durch das R I. Steht hier R I. So, jetzt möchte ich nach dem C umstellen. Das heißt, ich bringe den Term hier auf die andere Seite rüber. Steht hier 1 durch R Last Quadrat. So, und jetzt muss ich irgendwie mit den beiden Brüchen weitermachen. Ich muss mir diese Brüche subtrahieren. Dafür muss ich die Brüche gleichnamig machen. Und damit das funktioniert, also nehme ich, mache ich daraus den gemeinsamen Nenner R Last Quadrat, R I Quadrat. Also ich ergänze hier ein Quadrat und ein Quadrat. Das heißt, ich muss hier oben, brauche ich nochmal ein R Last und R I. Und hier hinten ergänze ich ein R I Quadrat. Um auf den gleichen Nenner zu kommen, dann muss ich hier oben auch ein R I Quadrat ergänzen. So, und dann kommt daraus, dass der gemeinsame Nenner eben ist R Last Quadrat R I Quadrat. Und über den Bruchstrich bleibt jetzt im Prinzip das über, was wir hier vorne haben. Also ich kann ein R I ausklammern. Und dann bleibt in der Klammer über R Last minus R I, was eben so lange funktioniert, wie der Lastwiderstand größer ist als der Innenwiderstand. Aber genau das ist ja hier in dem Beispiel der Fall. So, und wenn ich jetzt das noch nach C umstellen will, muss ich noch durch das Omega teilen. Und wenn ich das C haben will, brauche ich von dem ganzen Term die Wurzel. Hier oben schreibe ich die Wurzel drüber und hier unten streiche ich die ganzen Quadrate weg. So, und dann habe ich eine Gleichung, mit der ich das C direkt ausrechnen kann. Und dann ist die zweite Gleichung wieder sehr einfach, die sich aus der Bedingung für den Imaginärteil ergibt. Die schreibe ich aber der Sicherheit halber auch nochmal hin, um die dann ziemlich einfach direkt, so wie sie ist, in Octave für die Zahlenrechnung zu übernehmen. Also hier steht Omega L, hier steht auch ein Omega C. Das Omega kann ich gleich mal weglassen. Dann steht eben da L. Ja, das hier oben ist ein C. Man muss ja bei so Rechnungen immer aufpassen, dass man gut zwischen L und C unterscheidet. Da sind schon Leute in Klausuren und Prüfungen in wichtigen Situationen daran gescheitert, dass sie irgendwann nicht mehr wussten, was L und C ist. Also da oben steht ein C und dann C durch 1 R Last Quadrat. Das, was wir gerade schon als C bestimmt haben, können wir da einsetzen. Plus Omega Quadrat C Quadrat, das gleiche C, was wir da gerade schon mal bestimmt haben. So, und dann sieht man, das ist im Prinzip, naja, sehr dual-äquivalent, wie auch immer man das nennen will. Na, so richtig dual ist es, ja, doch vielleicht schon zu dem, was wir ja irgendwie vorher hatten. Ja, also wenn ich ein C durch ein L ersetze und ein L durch ein C und sozusagen aus einem Widerstand einen Leitwert mache und so, dann kommen da schon recht ähnliche Formeln bei raus. So, und auch hier für dieses Beispiel kann ich noch mal eine Zahlenrechnung in Octave machen, nenne das mal C neu. Das soll eben sein, die Wurzel von, wieder diesem Term RI mal R Last minus RI, Klammer zu, Wurzelklammer zu, geteilt durch R Last, noch mal, aber mit einem großen L, noch mal geteilt durch RI und geteilt durch das Omega. Und dann kommt, wie man sieht, genau der gleiche Wert für die Kapazität raus. Ich mache mal das Fenster hier ein bisschen größer, dass man das alles gut lesen kann. Und damit kann man natürlich auch ein L neu ausrechnen. Das ist einfach C durch 1 durch R Last Quadrat, aber wieder mit einem großen L und das Ganze noch mal plus Omega Quadrat mal C Quadrat. Klammer zu vom Nenner und dann sollten da auch wieder die gleichen 0,9549 Henry rausbekommen. Und das ist auch der Fall. So, wenn man jetzt wollte, könnte man noch so ein ganz bisschen Hirnschmalz darauf verschwenden, zu zeigen, dass die Gleichung hier auf der Seite nicht nur zufällig die gleichen Zahlenwerte liefern, sondern dass die Gleichung auf der Seite tatsächlich vollkommen äquivalent sind zu den Gleichungen, die hier drüben auf dieser Seite sind. Das habe ich aber mal in einem vorherigen Video hier gezeigt. Da habe ich die dann wild aneinander eingesetzt und ein bisschen umgestellt und so. Also das kann man hier auf recht ähnliche Art und Weise machen und tun. Was ich stattdessen vielleicht noch zeigen wollen würde, ist, also wir haben jetzt L und C so dimensioniert, dass die hier in diesem Widerstand erneut die maximale mögliche Leistung umsetzen. Die Frage wäre jetzt eben wieder, wie groß ist denn diese Leistung, die in dem Widerstand umgesetzt wird. Also wie groß ist, ähm, ne, ich, das wieder P, P, L oder P Last, ja, und das würde sich ergeben eben aus I Last zum Quadrat. Das kriegt jetzt keinen Strich drunter, das ist nur der Betrag des komplexen Zeigers mal R Last. So, auf die Art und Weise sollte man diese Leistung ausrechnen können. Das ist dann hier entsprechend der Strom I Last, der da in der Gleichung drin auftaucht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diesen Strom ausrechnen? Na, ich kann den Strom einmal ausrechnen, indem ich hier eine Stromteilerregel an der Stelle anwende. Also I Last sollte sich aus einem Stromteiler ergeben, indem ich die Impedanz von dem anderen Zweig nehme. Das ist das Zc und das durch die Summe dieser beiden Impedanzenteile. Das ist Zc plus R Last und das eben multipliziert mit dem Strom, der hier vorne durch die Induktivität hier fließt. Den Strom nenne ich I L. So, und diesen Strom I L wiederum, den bekomme ich raus, indem ich hier vorne an diesem Knotenpunkt nochmal eine Stromteilerregel nutze. Nochmal eine Stromteilerregel nutze und sage I L ergibt sich eben ja, wieder aus dem Widerstand in dem anderen Zweig. Das ist R I. Der ist aber reellwertig, der braucht keinen Strich drunter. Und dann eben geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung im Sinne dieses Maschenumlaufes und das ist R I plus Z L plus Z C parallel zu dem Widerstand R Last. So, und das Ganze eben multipliziert mit dem Gesamtstrom I Q. Den habe ich beim letzten Mal ganz grandios in der Zahlenrechnung vergessen. Habe mich dann gewundert, dass nicht das Richtige rauskommt. Hoffentlich denke ich diesmal daran. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch der Vollständigkeit halber Z L. Das ist einfach J Omega L und Z C ist 1 durch J Omega C. Das rechne ich jetzt aus in MATLAB. Schreibt mal hier ein paar Zahlenwerte hin. Auch vielleicht, ja, für das Z C plus R Last und sowas, aber vielleicht mache ich das auch nur in Octave. Muss ich mal gucken. Also, Z L ist J mal Omega mal L. Das sind 300 Ohm. J 300 Ohm, die schreibe ich hier hin. Das sind J 300 Ohm. So, das Z C ist 1 durch J durch Omega durch C. Das muss natürlich was Negatives sein. Das sind Minus J 333,3 Ohm. Und dann sieht man schon mal, wenn ich das jetzt mit meiner Rechnung vergleiche, die ich hier in einem vorherigen Video schon mal gemacht habe, da war es genau umgedreht. Da hat er das Z C minus 300 J Ohm und das Z L J 333 Ohm. Hier haben die jetzt die Position sozusagen vertauscht. So, dann kann ich meine Stromteile-Regel hier einbauen und kann sagen, okay, I Last sollte sich ergeben aus R I geteilt durch, ne halt, nicht R I, das ist die Gleichung da runter. Z C geteilt durch in Klammern Z C plus R Last mal I L. So, einen Strom I L kenne ich leider noch nicht. Ich drücke mal trotzdem Enter. Jetzt kommt erst mal eine Fehlermeldung. I L gibt es nicht, aber I L muss ich erst mal ausrechnen. Und für I L muss ich mir noch wieder eine Funktion definieren für die Parallelschaltung. Also zwei Impedanzen kann man parallel schalten, indem man das Produkt der Impedanzen Z1 und Z2 durch die Summe dieser beiden Impedanzen teilt. Schöne Funktion für die Parallelschaltung. Und damit kann ich es eben I L ausrechnen. Das ist R I geteilt durch R I plus Z L plus die Parallelschaltung von Z C und R Last. So, und jetzt darf ich nicht den gleichen Fehler machen wie im letzten Video. Ich muss noch mal IQ rechnen. Und dann kommen da ein Ampere raus als Realteil und ein super, super kleiner Imaginärteil 10 hoch minus 16. Das ist praktisch null. Das ist einfach Rechenungenauigkeit. Also das hier ergibt ein Ampere. Und die kann ich jetzt natürlich hier oben einsetzen. Und dann kommen da für den Laststrom 0,1 Ampere minus J 0,3 Ampere raus. Also 0,1 Ampere minus J 0,3 Ampere. So, und wenn ich jetzt hier den Betrag des Stromes rechne, mal R Last. Also ich schiebe mal das Oktave-Fensterchen hier so ein bisschen rüber und rechne jetzt P Last aus als den Betrag von diesem Strom I Last zum Quadrat, Betragsquadrat mal R Last. Ja, so wie das genau dort hier an der Stelle steht. Und dann sind das 100 Watt. Ja, also Strom zum Quadrat mal Widerstand. Kürzlich einmal Strom und Spannung weg. Bleiben wollt mal Ampere über. Das sind Watt. So, und das ist auch genau die gleiche Leistung, die man in dem Gleichstromfall rausbekommen würde, was ja auch mal ein paar Aufgabenteile vorher gesucht war. 100 Ohm hier, 100 Ohm hier. 2 Ampere teilen sich genau auf in 1 Ampere hier und 1 Ampere hier. Und da fließen dann eben 100 Watt. Ja, so und wenn man jetzt guckt, also IL ist eben 1 Ampere. Also hier oben fließt tatsächlich 1 Ampere. Hier durch diesen Widerstand durch fließen auch 1 Ampere. Die ergeben natürlich zusammen wunderbar diese 2 Ampere, die da die Quelle liefert. Aber die 1 Ampere, die spalten sich jetzt hier eben in einen Strom auf. Kann man jetzt hier irgendwie ausrechnen. Also hier fließen ja nur 0,1 Ampere als Realteil minus J 0,3 Ampere als Imaginärteil. Also muss der Strom hier durch die Kapazität IC, der muss ja mit dem zusammen genau 1 Ampere ergeben. Also muss der 0,9 Ampere als Realteil haben und plus J 0,3 Ampere als Imaginärteil. So dass die beiden zusammen eben genau das eine Ampere hier ergeben. Und ja, also was hier eben in der Schaltung passiert, wenn man diese Leistungsanpassung macht, einer hochohmigen Last an diese, ja demgegenüber niederohmige Quelle. Irgendwie muss man eben schaffen, dass hier durch die Last wenig Strom fließt. Und trotzdem muss man das aber schaffen, dass dann durch diesen Widerstand hier, ja, oder also wieder andersrum argumentiert. Im Normalfall kriege ich ja Leistungsanpassung hin, wenn der Widerstand und der Widerstand gleich groß sind. Dann teilt sich genau der Strom auf die Hälfte auf und ich kriege sozusagen eine gewisse Spannung hin, kriege einen Wirkungsgrad von 50%. Hälfte der Leistung wird direkt in der Quelle umgesetzt, in Wärme und sozusagen die Hälfte kriege ich in meinen Lastwiderstand rein. So, wenn ich jetzt den Lastwiderstand ein bisschen größer mache, ja, dann ist das ja prinzipiell irgendwie gut, dann kriege ich mehr Spannung hierhin. Mehr Spannung würde prinzipiell auch heißen, mehr Leistung. Aber mehr Widerstand hier und sozusagen mehr Spannung heißt aber auch deutlich weniger Strom, weil das ja viel einfacher ist, für den Strom jetzt hinten lang zu fließen. So, also muss ich irgendwie so Trick 17 machen. Ich muss schaffen, also ich brauche hier nochmal so einen Parallelwiderstand, dass obwohl jetzt hier ich den Widerstand hoch treibe, nicht der Widerstand einfach durch den Innenwiderstand fließt. Also brauche ich so einen Parallelwiderstand. Da fließt jetzt erstmal eine ganze Menge Strom drüber und der macht mir sozusagen eine große Spannung. Die Spannung, die ich hier auch haben will über diesen Widerstand, um dann eine hohe Leistung umzusetzen. Und die Spannung ist, hat eben eine Phasenverschiebung, ist kapazitiv, wenn man so will. Und diesen kapazitiven Einfluss hier, den gleiche ich dann mit einer Induktivität hier an der Stelle aus. So ist so ein bisschen die Idee von der Schaltung und so wie diese Leistungsanpassung hier an der Stelle funktioniert. Wenn man das jetzt nochmal mit der Lösung vorher vergleicht, dann stellt man fest, hier kam sogar eine noch, also hier war jetzt die Kapazität hier vorn, die Induktivität hier hinten parallel, die Kapazität sozusagen in Reihe, die Induktivität parallel, das als Längselement, das als Querelement. Da kam sogar eine noch etwas größere Induktivität raus und auch eine etwas größere Kapazität für den Kondensator, den man braucht. Und jetzt könnte man eben sagen, naja gut, diese neue Lösung hier, die ist sozusagen besser, wenn ich die in der Praxis aufbauen will, weil ich brauche nicht ganz so eine große Induktivität und ich brauche auch nicht ganz so eine große Kapazität. Aber wenn man das jetzt nochmal durchrechnet, stellt man fest, okay, hier habe ich eben 1 Ampere durch die Kapazität, durch die Induktivität durchfließen. Bei der vorherigen Lösung waren das eben auch diese 0,9 Ampere plus minus J 0,3 Ampere. Ja, ich gucke mal in der neuen Rechnung. Also da habe ich ja hier den Laststrom ausgerechnet. Ich rechne jetzt mal hier nochmal IC aus. Das ist ja der gleiche Strom. Also I Last, das war die Formel. Wenn ich die jetzt mal so umbaue, dass ich da IC rausbekomme, muss ich eben jetzt den Widerstand im Nenner nehmen. Da, wo der Strom nicht durchfließt, das ist eher Last. Und dann sollten da genau hier die 0,9 J 0,3 rauskommen. Wenn ich da von dem Betrag mir anschaue, dann ist hier von der Betrag kleiner als 1. Das ist er auch. Also hier habe ich zwar eine kleinere Induktivität in dem Beispiel, aber die Induktivität muss mehr Strom tragen. Also die muss sich aus einem dickeren Draht wickeln. Hier in dem vorherigen Beispiel brauche ich zwar eine größere Induktivität, aber die größere Induktivität muss eben nur weniger Strom abbekommen. Und genauso könnte man das jetzt weitermachen, wenn ich hier ausrechne. Hier war ja der Kondensator ein bisschen größer. Dafür muss der Kondensator hier aber auch weniger Spannung abkönnen. Das waren hier ja eben nur 300 Volt, die ich hier mal ausgerechnet habe. Und wenn ich jetzt mal hier die Spannung über den Kondensator ausrechnen, kann ich einfach mal machen. Zc, UC ist Zc mal IC. Einfach Umschützgesetz angewendet. Und dann von dieser Spannung den Betrag bestimmt. Dann kommt da mehr raus. Also in meinem neuen Beispiel hier ist der Kondensator ein bisschen was kleiner. Der muss aber mehr Spannung abkönnen. Also muss ich die mit einer größeren Durchschlagsfestigkeit bauen. Wird der am Ende wieder größer. Nützt mir das als nichts. Also ob ich das jetzt so baue, erst die Induktivität und dann die Kapazität oder ich baue erst die Kapazität und dann die Induktivität ist, wie man so blinde gesagt, grob wie gesprungen. Das macht im Prinzip am Ende überhaupt gar keinen Unterschied. Vielleicht ist hier, könnte man sagen, die Rechnung ein ganz bisschen einfacher, weil man hier nicht ganz so viele Doppelbrüche hat. als zumindest auf der Seite die Rechnung ist schon verdammt einfach. So, dann ist das letzte, was ich jetzt noch in diesem Video und überhaupt, ich hoffe, dass das dann auch das letzte Video dieser Videoreihe ist, zeigen möchte, ist, wenn man jetzt mal da noch so ein bisschen Vierpoltheorie drauf wirft, dann sind das hier mal Vorlesungsfolien von einer vorherigen Vorlesung oder einem Plenum zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Das Video dazu kann ich auch ganz gerne mal mit unten in der Videobeschreibung verlinken und da gibt es auf jeden Fall ein solches Beispiel, wo man auch eine CLC-Schaltung hat mit irgendwie ein paar anderen Zahlenwerten, davon die Vierpol-Parameter bestimmt und wir müssen jetzt aufpassen, also bei uns ist das L oben und das C ist das Querelement und wir haben kein zweites C und kein zweites L, wir haben einfach nur sozusagen ein Gamma-Vierpol, wenn man so will und von dem kann man von denen kann man jetzt auf jeden Fall die A-Parameter bestimmen, kann die zusammen multiplizieren und dann kommt eine A-Matrix raus und das würde ich jetzt erstmal ganz kurz machen, also ich gehe mal hier aus dem Vollbildmodus raus, schiebe das mal auf die eine Seite, packe mal das Oktave-Fensterchen auf die andere Seite und also das A-L, ja, also die Vierpol-Parameter von dem, von diesem Längselement, das ist ja hier das mit dem C, die sehen so aus, also kann ich das mal abschreiben für unser A-Element, also für das, für die Vierpol-Parameter von dem L, ja, was jetzt in unserem Beispiel ja hier längs ist, längs geschaltet ist, sieht das Ganze dann so aus, dass wir eben haben eine 1, ein J mal Omega mal L und dann in der zweiten Zeile eine 0 und eine 1, so sind die Vierpol-Parameter. So, und für das A-C muss ich das hier nehmen und das sozusagen sinngemäß übertragen für das Längselement, da steht da oben in der ersten Zeile zweiten Spalte eine 0 und dafür steht dort unten die Admittanz, das ist das J mal Omega mal C, das sollten wir diese 333 J sein und ja, umgekehrt sind das natürlich 0,003. Also, ganz spannend, ja, hier oben stehen 300, hier unten stehen 0,0003. Das ist eben, sieht schon sehr ähnlich aus. So, und also jetzt haben wir diese A-Parameter, jetzt können wir daraus Gesamt-A-Parameter ausrechnen, so ähnlich wie das hier steht. Also A Gesamt ergibt sich, wir haben zuerst das L und das multipliziert mit dem A C, dann sind das die Gesamt-A-Parameter unseres 4-Pools. So, die haben wir jetzt bestimmt und was ist jetzt das Schöne mit diesen A-Parameter, das sind ja so Kettenparameter, also die habe ich dann hier in der Vorlesung auch mal in Admittanz- und Impedanz-Parameter umgewandelt, weil man die gut messen kann, aber der Vorteil von den A-Parametern ist, da kann man so eine Last-Quellentransformation machen, also ich kann an meinen 4-Pool beschrieben durch A-Parameter eine Last hinten anschließen und kann gucken, wie wirkt diese Last am Ausgang auf den Eingang. Ja, und dann steht hier, stehen hier praktische Definitionsgleichungen von den 4-Pool-Parametern, von den A-Parametern, da setze ich jetzt für das U2 einfach das Ohmsche Gesetz hier an der Last ein und rechne U1 durch I1, das ist dann die Impedanz, die man am Eingang sieht von der Last. Die Last transformiert über die A-Parameter zu einer Eingangsimpedanz und das, was wir eingesetzt haben, ist einfach Ohmschissgesetz hier an der Last. So, und das habe ich dann auch mal gemessen, hier ist jetzt auch eine passende Formel dafür und jetzt kann ich sozusagen ein ZE eine Eingangsimpedanz ausrechnen, das mit dem Kopieren hat ja offensichtlich irgendwie nicht funktioniert und die muss ich also mal abschreiben die Formel also Z am Eingang ergibt sich aus A-Gesamt also wir brauchen jetzt, ich gehe mal ich kann das auch von der Seite abschreiben also wir brauchen den Parameter A11 der muss jetzt mit unserer Lastimpedanz die R-Last multipliziert werden und dann brauchen wir noch A Gesamt 1 2 so Klammer zu und das muss jetzt geteilt werden durch A Gesamt 2 1 das auch multipliziert mit der Last und dann Plus A Gesamt 2 2 an der Stelle so Klammer zu Klammer zu und wenn ich jetzt Enter drücke was sollte dann passieren was sollte dann rauskommen also wenn das jetzt alles so passt ja dann sollten wir natürlich also hier in meinem Beispiel waren Z-Last 100 Ohm hier in unserem Beispiel sind ja Z-Last 1 Kilo Ohm und wir wollen das aber auf eine Quelle anpassen mit 100 Ohm also wenn ich jetzt hier drücke sollten da eigentlich 100 Ohm rauskommen und sie kommen auch da sieht man jetzt nicht so gleich aber der Realteil von dem Z-E das sind 100 und der Imaginärteil von dem Z-E der ist eben sehr klein das ist so wieder numerisches Rauschen irgendwas mal 10 hoch minus 14 das sind so die ganzen kleinen Rundungsrechenfehler das hier immer mit begrenzter Genauigkeit gerechnet wird im Idealfall wäre das eben 0 so und das heißt dieses diese Leistungsanpassungs die wir jetzt hier gemacht haben wir haben ein L und ein C bestimmt dafür dass hier die maximal mögliche Leistung in der Last umgesetzt wird dass wir die Impedanz dieser Last irgendwie an die Impedanz der Quelle anpassen das könnte man natürlich auch mit Vierpol-Parametern ganz gut machen und das was dafür eben gut ist oder sich gut eignet sind die A-Parameter die man ausrechnen kann was ich jetzt gerade getan habe durch Multiplikation dieser Einzel-Vierpol- Kettenparameter und dann kann man diese Transformationsvorschrift nutzen und zumindest damit so eine kleine Probe machen ob das was wir gemacht haben ob das was ich hier versucht habe zu produzieren ob das funktioniert und offensichtlich funktioniert das aus dieser Gleichung und aus diesen Vierpol-Parametern jetzt rückwärtig auszurechnen was für ein L und C brauche ich um hier von 1 Kilo Ohm auf 100 Ohm zu kommen das ist bestimmt nicht ganz unmöglich das halte ich aber für deutlich deutlich schwieriger als den Rechenweg den ich jetzt zum Beispiel über die Admittanzen gemacht habe